Und über diesen schwierigen Weg möchte ich jetzt gerne sprechen und zwar mit Helmut Herles, Buchautor und freier Journalist, den ich ganz herzlich hier im Phoenix-Studio begrüße. Dankeschön. Ja, Herr Herles, die SPD ist das erste Mal in einer Umfrage hinter die AfD gerutscht. Was könnte dieser Schock für Auswirkungen auf das Mitgliedervotum haben? Was denken Sie? Na, hoffentlich wird dann endlich bereinigt, dieser ewige Kampf in der SPD, die ist immer Regierung und Opposition in einem. Und das ist nie ganz ausgetragen worden. Das war ja auch der Grund, weshalb Helmut Schmidt letztlich damals von der eigenen Partei und nicht von der FDP gestürzt worden ist. Und dann natürlich hoffe ich ja, dass die SPD sich darauf besinnt, was die Bürgermeisterin von Flensburg vormacht, dass sie eine wirkliche Basis hat in den Städten, bei den Bürgermeistern. Und mit dieser Überschätzung des Mitgliedervotums verachtet sie einen Teil ihrer, den größten Teil, nämlich mal an ihrer Wählerschaft. Denn noch wichtiger als Basis als die über 400.000 Mitglieder sind ja die Wähler der SPD. Also die Begriffe müssen wieder hergestellt werden. Was ist Basis? Welche Verantwortung hat man? Und man muss stolz sein auf seine Geschichte. Allein die Kanzler werden ja teilweise verleugnet. Mit Gerhard Schröder wird nur noch so abgetan, als hätte er Schlimmes geleistet. Dabei hat er mit seiner Reformpolitik uns diesen wirtschaftlichen Stabilität und Aufschwung beschert, auch wenn Korrekturen notwendig sein sollten. Und das muss die SPD wieder lernen. Dann kommt sie raus aus dem Loch. Dann kommen wir nochmal auf das Mitgliedervotum zu sprechen. Warum tut sich die SPD das überhaupt an? Wenn das schief geht, dann ist ja das absolute Chaos. Ich habe es ja schon angedeutet, weil sie in ihrer Geschichte immer noch nicht ausgetragen hat, den Grundkonflikt, seit sie gegründet worden ist, zwischen jemandem, der Verantwortung übernehmen will und jemandem, der partout gegen das ist und eben Opposition mental ist. Das ist immer schon so gewesen, nicht wahr? Aber wenn das jetzt schief geht, welchen Plan B gibt es? Was sollte die SPD später dann tun? Ich hoffe nicht, dass es schief geht aus staatspolitischer Verantwortung. Wenn es schief ginge, würde der Bundespräsident gefragt sein, der würde dann einen Vorschlag machen müssen. Vielleicht schlägt er dann Frau Merkel vor. Dann könnten ja auch genügend Sozialdemokraten aus Verantwortung für diese Kanzlerin stimmen, die sich dann auf eine jeweilige Mehrheit im Parlament verlassen müsste. Wobei ja die FDP schon ein bisschen wieder von dem Lindnerismus runter ist und gesagt hat, dann würden sie auch bei vernünftigen Sachen vernünftig mitstimmen. Aber ich nehme an, es wird schon so kommen, wie die Meinungsumfragen zeigen und die SPD müsste dann halt viel stolz auf das sein, was sie erreicht hat, auch in diesem Koalitionsvertrag. Da hat sie ja einiges erreicht. Aber es fehlt immer noch dieses Selbstbewusstsein. Die SPD spricht viel von Selbstbewusstsein, wir müssen selbstbewusster werden und so, aber so richtig zu spüren ist davon noch nichts. Ja, zumal sie eben ihre eigenen Ordnungen lange Zeit nicht eingehalten hat. Das Einzige, was Herr Schulz eingehalten hat, ist ja diese Mitgliederbefragung. Aber diese Rochaden, wo man beinahe ihn zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gemacht hat und die Ordnung dadurch zerstört hat. Denn das ginge nur, wie es jetzt gelöst worden ist, über einen Stellvertreter, der gewählt ist. Und bei der Urwahl des Parteivorsitzenden bin ich auch skeptisch. Dann würden ja die anderen im Vorstand irgendwie Mitglieder des Vorstands zweiter Klasse sein, wenn nur einer vom Volk gewählt wird, vom Parteivolk gewählt wird. Also die SPD hat ja viel vor sich. Und man muss auch nochmal nachkarren ein wenig zu Schulz. Am Anfang waren ja zu viele von ihm begeistert, selbst der nüchterne Jochen Vogel. Nach Jochen Vogel waren noch neun andere Parteivorsitzenden. Die haben die Parteivorsitzenden verbraten. Ja, das kann man manchmal nur noch sagen verbraten. Und teilweise natürlich selbst Schulz, siehe Lafontaine, siehe Schulz. Jedenfalls als Jochen Vogel zu begeistert war, habe ich ihm geschrieben, Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum und schon denkt, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Vogel hat auf seine vornehme Art nicht direkt geantwortet, nur gesagt... Er hat den Brief zurückgeschrieben. Als kleine Gegengabe... Ach nein, das brauchen wir nicht die Gegengabe. Aber das waren noch Zeiten, in denen man mit 38,3 Prozent verlor. Das war nämlich sein Kapitel als Kanzlerkandidat. Und an solchen Beispielen wie Jochen Vogel, an Helmut Schmidt, auch an Gerhard Schröder, an Willy Brandt, da müsste sich die SPD wieder neu orientieren. Es hilft also immer, wenn man in die Zukunft will, auf seine Vergangenheit zu schauen. Da kann man viel daraus lernen. Und auch daraus lernen, wie man nicht mit Helmut Schmidt hätte umgehen sollen. Jetzt geht es ja vor allem darum, auch das Vertrauen der Mitglieder der Wähler zurückzugewinnen. Da frage ich mich, die Namen werden zurückgehalten für mögliche Ministerposten. Die CDU will die Namen der Minister bis nächsten Montag bekannt geben. Die SPD hält sich da zurück. Sollte sie aber nicht jetzt gerade besonders transparent sein, um eben Vertrauen zurückzugewinnen und dass die Mitglieder auch wissen, worüber sie auch personell abstimmen? Ja, natürlich. Im Grunde ist die SPD da wieder auf dem falschen Pfad, in dem ein großer Teil den unbequemen Gabriel loswerden will. Dabei ist Gabriel zurzeit das Pfund, mit dem die SPD wuchern sollte, nicht wahr? Oder, was ich erhoffe, die Meldung der Oberbürgermeisterin von Flensburg, Frau Lange, zeigt ja, dass Bewegung auch in der Partei ist, die positiv ist, dass man sich eben besinnt, dass man in fast allen deutschen Städten, nicht in fast allen, aber in vielen, vielen, selbst das Vögel und der FAZ hat es aufgezählt, zu meiner großen Überraschung. Das ist die eigentliche Basis der SPD und das müsste sie viel stärker herausstellen unter Einschluss des Stolzes auf die große Geschichte, die sie mitgestaltet hat in der Bundesrepublik, von der wir alle eigentlich immer noch gut und hoffentlich auch weiterleben. Die Einschätzung von Helmut Herles, der schon wie viele Jahre den Zustand der SPD analysiert und kommentiert? Ich fing an bei der FAZ im Jahre des Herrn 1975. Okay, also schon eine ganze Weile. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und werden uns bestimmt auch noch öfter hier sehen. Vielen Dank.